Jetzt machen wir ein 1x1 und 1x1 gemischtes Training. Wieder mit der Klasse haben wir uns überlegt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wie ihr damit umgeht, guckt in die anderen Videos. Hier oben werde ich Links anfügen. Da ist so ein I in so einem Kreis. Das ist hier oben und dann wisst ihr, wie es funktioniert. Gut, fangen wir an mit unserer Zufall-Trainingsmaschine. 1x1 und 1x1 gemischt. Die Schüler antworten und ihr versucht zu Hause schneller zu antworten. Na denn, 5x3? Gleich 15. 18 durch 3. Gleich 6. 5x6? Gleich 30. 7x4? Gleich 28. 72 durch 9? Gleich 8. 10 durch 10? Gleich 1. 3x9? Gleich 27. 4x8? Gleich 32. 90 durch 10? Gleich 10. 6 durch 2? Gleich 8. Äh, gleich 3. Ja, ja. 10 mal 0? Gleich 2. 56 durch 8? Gleich 7. 5 mal 5? Gleich 25. 18 durch 6? Gleich 3. 49 durch 7? Gleich 7. 49 durch 7? Gleich 7. 24 durch 6? Gleich 4. 5 mal 8? 5 mal 8? 3 mal 1? Gleich 3. 54 durch 9? Gleich 6. 4 mal 4? 4 mal 4? Gleich 20. 4 mal 4? Gleich 16. 6 mal 8? 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 Gleich 48? 7 mal 8? Gleich 0? 12 durch 4? Gleich 3. 8 durch 6? 8 mal 6? Gleich 8 durch 6? 8 durch 8? Gleich 1? 8 mal 8? Gleich 4? 16. 4 mal 10? Lauter bitte. Gleich 40. 24 durch 3? Gleich 8? 4 mal 3? Gleich 12? 0 durch 5? Gleich 0? 30 durch 6? Gleich 5? 40 durch 8? Gleich 5? 100 durch 10? Gleich 10? 12 durch 2? Gleich 6? 0 mal 0? 9? 0! 5 mal 8? Gleich 4? 3 mal 2? Gleich 6? 63 durch 7? Gleich 9? 9 mal 1? 9. Äh, gleich 9? Mhm. 0 mal 3? Gleich 0? Bisschen schneller. 60 durch 6? Gleich 10? 3 mal 1? Gleich 3? 45 durch 9? Gleich 5? Leute, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller, die letzte Minute. 6 mal 2? Gleich 12? 45 durch 5? Gleich 9? 7 mal 2? Gleich 14? 21 durch 7? Gleich 3? 0 mal 8? Gleich 9? 24 durch 4? Gleich 6? 3 mal 10? Gleich 30? 28 durch 4? Gleich 7? 54 durch 9? Gleich 6? 2 mal 9? Gleich 18? 14 durch 2? Gleich 7? 0 mal 2? Gleich 0? 7 mal 4? Gleich 28? 56 durch 8? Äh, ich muss ja wenigstens fertig werden. 2 durch 2? Gleich 1? 3 mal 7? Gleich 1? 50? 6 durch 3? Gleich 2? 0 durch 7? Gleich 0? 0 durch 4? Gleich 0? 12 durch 2? Gleich 6? 8 mal 4? 6 mal 30? 9 mal 4? Gleich 36? 15 durch 5? Gleich 3? 90 durch 9? Gleich 10? 60 durch 6? Gleich 10? 1 mal 1? 1 mal 1? Gleich 1? 21 durch 7? Gleich 3? 0 durch 3? Gleich 0? 1 mal 7? Gleich 7? 1 mal 8? Gleich 8? 24 durch 4? Gleich 6? 6 durch 3? Gleich 2? 3 mal 3? Gleich 9? 5 mal 10? Gleich 50? 3 durch 1? Gleich 3? 46 durch 8? Gleich 7? 20 durch 2? Gleich 10? 12 durch 6? Gleich 10? Äh, 2? 8 mal 8? Gleich 64? 10 mal 9? Gleich 90? 8 mal 8? Gleich 4 und 6? Und 3 mal 4? Gleich 12? Gut. Sehr schön. Dann lassen wir es dabei. Ihr könnt euch zu Hause ein paar Mal durchhören und so weiter und so fort und versucht immer schneller zu sein. Und zum Schluss sagen wir, unser Motto ist Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Au! Genau so ist es. Like! 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 Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut.